Moin Moin Kinesien! Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3! Wir sind immer noch auf dem Weg hier einen Vorstoß zu wagen. Ich will haben! Geht nicht. Oh geil! Sind das die Autos der Zukunft? What the fuck? Was? Sowas aber auch. Oh, Munition. Möchte ich haben. Okay, das sind also die Autos der Zukunft. Sieht gut aus. Hallo? Kriege ich auch einen? Ach, nöööööö. Ach, nööööööö. Wollte ich mir gerade sagen, ich muss gegen zwei von denen auf so engen Raum kämpfen? Das ist ja wirklich der letzte Shit, ey. Ja, natürlich. Abbesichert. Oh oh, nachladen. What the fuck, ey. Okay, okay, okay. Stirb! Einer weg! Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da ist er. Oh oh oh. Komm schon, komm schon. Oh! What the fuck, ey. Wo kam der denn her? Wo kam der denn her? Oh oh oh. Hallo Witzler. Boah, ich sag's dir, wenn es hier so beengt ist, ist das echt unschön. So. Gut. Von wo sind wir eigentlich gekommen? Also von da schon mal nicht, aber leider kann ich mich nicht erinnern. Gibt es hier noch irgendwelche Goodies? Aber das ist anscheinend halt so eine Garage. So eine Garage. Oh, was denn da schön ist das? Das nehme ich doch mit! Das nehme ich mit! So, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen ja auch irgendwann mal da ankommen. Joach, was soll ich da machen? Ich bin nur ein einzelnes Persönchen. Was ist das denn? Oh. Zeit für der Sniper. Woah. So. Nie. Nie wirst du mich besiegen, du kleine Marodeur. Danke. Wir rücken weiter vor. Ach, da sind die. Okay. Kann ich die hier benutzen? Ne, ne? Nein, kann ich nicht. Ach, das ist so eine Wohnung. So werden wir also in Zukunft leben. Kurz bevor wir von irgendwelchen Maschinen an unsere Grenzen geführt werden. Ich kann nicht reden. Woah, hier voll die Luxus-XSL-Dusche. Voll geil. Okay. Toiletten der Zukunft? Oh. Spiegel ist kaputt. Sowas aber auch. So. Noch ein Medaille-Kit? Oh nein! Nein! Naja, wenigstens hat er geschlafen, als er gekürt wurde. Was haben wir denn hier Schönes? Mom, Dad, ich kann euch nicht erreichen. Ich hab's im Beruf versucht und über eure Privatleitung. Niemand geht ran. In den Nachrichten hieß es, die Bombardierungen würden immer schlimmer und dann fiel der Strom aus. Ich weiß, dass ich hier bleiben soll, aber ich kann niemanden erreichen und ich mache mir große Sorgen um die Zwillinge. Ich gehe jetzt zur Schule und hole sie ab. Okay, wenn ich noch andere Kinder finde, bringe ich die auch mit. Falls ihr uns in den Notbunkern trefft... Ne, falls ihr... Nein, falls wir uns in den Notbunkern treffen, dürft ihr mich gerne anschreien. Alles Liebe Kay. Tickle Kay. Ja, ich hoffe mal, dass... Na gut, ich gehe nicht davon aus, aber es kann natürlich sein, dass sie es vielleicht zu diesen Notunterkünften geschafft haben. Wäre ja ganz cool. Vielleicht auch... Ich wollte gerade sagen, wo sind die denn? Ja, wo laufen sie denn? Was auch jetzt vom Ding her traurig ist, finde ich es eigentlich ganz cool, dass der Kampf hier gegen Ender auch auf der Erde stattfindet. Das macht das Ganze noch ein bisschen persönlicher. Ach der! Wieso ist der noch nicht tot? Wieso ist der noch nicht tot? Natürlich auf so einem erdähnlichen Szenario, sich zu verteidigen. Er hat mich auch immer wieder ein bisschen an Fallout. Und ich liebe ja Fallout. Woops. Jetzt, wo ich aufnehme... Ja. Jetzt, wo ich aufnehme, habe ich ja gerade erfahren, dass es anscheinend... Oh. In den nächsten paar Stunden ein, äh... Da ist der. Hunde Sohn. Bald ein Announcement zu Fallout 4 geben soll. Da ist wahrscheinlich schon raus, dass ihr dieses Video seht. Oder auch nicht. Ich hoffe nicht, dass wir da wieder gelinkt werden. Weil, äh... Fallout 4 ist natürlich schon was, worauf ich mich richtig freuen würde. Oh mann, oh mann, oh mann. Kontakt! Ihr Delta! Wir werden überrannt! Wie ist Ihre Position? Die kriegen ja alle ganz schön auf die Fresse. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, wie hoch meine Wertung ist, bla. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, weil es ist wieder ein bisschen teuer... Hallo? Ah, cool. Was jetzt wieder ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, dadurch ist meine... meine, 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 meine Multiplayer-Wertung natürlich runtergegangen. Dementsprechend auch meine Gesamtwertung. Was ein bisschen kacke ist. Ah mein Gott, was willst du da machen? Ich hatte halt keine Zeit für den Multiplayer. Muss ich einfach mal sagen. Hihi. Nicht jetzt nachladen. Gut, kein Problem. Kein Problem. Freundchen. Für euch zieh ich doch nicht mal mit meinem Schaufschützengelegen. Kann ich hier auch irgendwie durch? Oh, ich kann. Wir machen das heute mal ganz sneaky. Okay. Okay. Er dachte auch, hm, hier sieht mich wohl keiner. Falsch gedacht, Bitch. Ja. Da gibt's auch noch was. Oh, sag mal, ey. Ihr wollt's heute aber auch echt wissen, ne? Na gut, das ist auch die Schlacht aller Schlachten. Klar, dass man dann nochmal richtig zugeballert wird mit... Oh, voll cool. Das wollte ich gar nicht. Dass man dann nochmal zugeballert wird mit allen möglichen... Oh, da gibt's Würdiges. Und ich sterbe gleich wegen so einer Scheiße. War cool, erstmal hinter den Tresen hier. Nice. Munition voll. Schade, schade Schokolade. Ist hier irgendwas? Oh, ich kann doch bestimmt da irgendwie hoch, ey. Das sehe ich doch jetzt schon. Kann ich nicht? Hallo, das sieht aus wie eine Rampe. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, kann ich sagen, ey. Oh, aber ich kann hier nicht weiter, ey. Achso, ich hätte mich hier hinter verstecken können zum Schießen. Das ist natürlich was anderes. Okay, jetzt sind wir wieder hier draußen. Der Zerstörer hat uns entdeckt. Wir machen die Tanex-Saketenschuss bereit. Nicht feuern. Sie machen ihn nur wütend. Wir haben verstanden. Aber wir haben vielleicht keine Wahl. Verstanden. Oh je. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Na gut. Okay. Ich dachte gerade, er hätte meinen Namen gesagt. Also nicht meinen Namen, sondern Shepard. Shepard erledigen, bla. Aber vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Die hören sich ja schon ein bisschen komisch an, diese Typen. So. Typen, Typen. Oh, okay. Gibt es hier noch was? Man, ich will was einkaufen. Unglaublich, dass diese Geschäfte nicht aufhaben. Gut. Wie auch immer. Ich sage, wir machen mal für heute es los. Und sehen dann in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, das sind noch ein paar Kämpfe von uns. Aber die letzte Schlacht wird bald geschlagen werden. Oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 3. Auf Wiedersehen.